Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Angezockt-Folge von Luna, Silver Star Harmony. Und eben als ich hier rumstand, habe ich gesehen, dass da noch eine Kiste versteckt ist. Ha ha ha, Healing Herb. So, dann schauen wir doch mal. Wir sind auf der Suche nach, ich denke, unserer Schwester, der Luna, aber ohne R. Oh. Ist das nicht das gleiche Lied, wie das, was Alphina gesungen hatte? Hör mal, hörst du das, Alex? Alex, hört sich an, als würde das von den Quellen kommen. Ich frage mich, ob das wirklich Luna ist. Hört sich auf jeden Fall an wie sie. Los geht's, Alex! Natürlich wollen wir aber noch ein bisschen hier reden mit den Leuten, die sehen alle so nett aus. Vor 15 Jahren hat der letzte Dragon Master diese Welt verlassen. Sein Name war Dragon Master Dain. Aha, also kann jeder der neue Dragon Master werden. Äh, und seitdem war niemand, ähm, ja, tapfer genug, seinen Platz einzunehmen. Oder großartig genug. Yeah, Healing Herb. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Hallöchen. Was sollen wir denn jetzt tun? Der Nebel in den Wäldern ist so dick. Äh, wir können nicht reisen, um unseren Geschäften nachzugehen. Genau, wir kommen nicht nach Safe, um unsere, um Vorräte aufzustocken. Das ist wirklich schlimm, Kinder. Ich meine, wirklich schlimm. Wirklich ganz schlimm. Oh mein Gott, ich liebe die Grafik so sehr. Es ist so schön. Wirst du deinen Song üben heute mit Luna? Weißt du, eure Performance wird das Highlight des Festivals werden. Ich zähle auf euch beide. Hier ist ein Huhn. Alex, denkst du, wenn wir eines davon nach Hause bringen, erhalten wir ein weiteres Gericht am Abend? Wahrscheinlich schon, aber ich möchte das arme Hühnchen nicht töten müssen. Was ist das hier? Sowas wie der Laden? Auf jeden Fall riesig hier. Mein Sohn Ramos. Ah, hier, hier wohnt er also. Er hat seinen Kopf immer in den Wolken. Ich werde mal ein großer Mann sein, meint er. Oder ich werde eines Tages reich sein. Er möchte nie hart arbeiten wie du, Alex. Ich verstehe es einfach nicht. Tja, da ist jeder anders. Es ist so warm und gemütlich. Ich möchte mich einrollen und einschlafen. Süß. Ich mag den Kleinen total. Ich finde es süß, dass er immer bei uns ist. Er erscheint zwar nicht so, aber... Ah, das muss der Bürgermeister sein hier des Dorfes. Er macht sich viele Gedanken um seinen Sohn. Ramos und sein Vater... Äh... ...sind halt nicht immer einer Meinung. Was soll man da machen? Ich glaube, das heißt das. Ich kenne diesen Spruch nicht, aber alles andere würde ja nicht so viel Sinn ergeben. Vielleicht können wir Ramos ja gleich einpacken hier. Oh, die Musik hat aufgehört. Was ist hier los? Da ist er ja. Da ist auch eine Kiste. Ramos, Dad... Ähm... Ja... Also der verwöhnt ihn ja total. Diese Schubladen sind voller Spielzeug. Was haben wir da? Hä? Verschlossen. Ich frage mich, was darin ist. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ja, da kommen wir leider nicht ran. Hallöchen, du. Oh, tut mir leid, Alex. Kannst du ein bisschen länger warten? Ich habe fast alles, was wir für unseren Trip benötigen. Eine dicke Decke, ein großer... Eine große Tasche für den Diamanten. Oh, habe ich fast vergessen. Denkst du, 3000 Geld sind genug für unser Snack-Budget? Ich denke, das ist genug für das ganze Dorf. Aber wie man so ein bisschen sieht, isst er ja auch ganz gerne. Von daher braucht er ein wenig mehr Geld, denke ich mal. Um sich ausreichend mit Snacks zu versorgen. So. Wundert mich schon, dass man nicht rennen kann. Aber ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass es, glaube ich, über zehn Jahre alt eigentlich. Und sie haben halt die Grafiken überarbeitet für diese Version. Bist du nicht Oros' Sohn, Alex? Ich habe gehört, dass du und Ramos euch aufmacht zu eurem ersten großen Abenteuer. Er kam hier vorbei und sabbelte davon. Er ist so faul. Wenn sein Dad nicht der Bürgermeister wäre, dann würde ich ihm mal einständig ein paar verpassen auf den Hintern. Dann würde er ihn ein bisschen verprügeln. Das ist aber nicht nett. Wer sind denn hier alles? Hey, schau mich an! Ich habe einen magischen Trick erlernt. Boom, schakalaka! Oh! Tatsächlich! Oh, heftig! Ich bin gut, hä? Bist du beeindruckt? Was? Ick Snay on the Aquae Kit? Oh mein Gott, du wusstest ja das ganze Dorf erschrecken. Mich hat er eben schon erschreckt. Voll krass, das habe ich gar nicht erwartet. A la Kazam! Hey, ich kann eine Magie sprechen, die euch in Schildkröten verwandelt, aber es hat nicht funktioniert. Uns macht Magie nichts aus, das ist der Grund. Aber wenn ich in irgendetwas verwandelt werden könnte, dann würde ich gerne ein Fisch sein. Nein, warte! Dann könnte ich ja gar keinen Fisch mehr essen. Das wäre ja ein Albtraum, so jeden Morgen aufzuwachen. Anscheinend ist also Fisch sein Lieblingsgericht. Ich bin hier von Meribia hergekommen, um meinen Mann zu heiraten. Du weißt, ein Opfer im Namen der wahren Liebe und dieser ganze Schwachsinn. Meribia war so spannend. Burg hat gar nichts im Vergleich. Es ist so langweilig hier. Oh Mann, oh, das ist ja traurig. Weißt du, ich habe meine Frau in Meribia getroffen vor vielen, vielen Jahren. Ich war irgendwann müde von der großen Stadt, also sind wir zurück nach Burg gezogen und haben sofort geheiratet. Ich möchte nie wieder auf diese Müllhalde zurück, aber sie redet immer noch jeden Tag davon. Ich frage mich, ob die große Stadt so ein toller Ort ist. Tja, ich weiß es nicht. Jeder sieht das wohl anders, aber ob das so gut ist, dass sie geheiratet haben, wenn sie so unterschiedlicher Meinung sind, ist noch eine andere Frage. Hey Alex, weißt du, wann ich vielleicht in der Lage bin, dieses alte Schwert aus deins Monument zu ziehen? Gestern hat Ramis versucht, es rauszuziehen, aber das Einzige, was passiert ist, dass er nach hinten überfiel. Ha, ha, ha. Yay, Healing Herb. Hier ist noch... Ah, das sieht aus wie ein Shop. Da können wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Nichts? Hallöchen. Über den Berg im Osten? Ah, da ist eine Drachenhöhle. Ich frage mich, ob es da noch Drachen gibt. Falls es dort welche gibt, würde ich sie gerne treffen. Sie müssen mächtige Magien können. Hey, hallo. Du siehst so gut aus wie immer, Alex. Was kann ich heute für dich tun? Alex, du bist ein ziemlich harter Arbeiter. Ich hoffe, das weißt du. Anders als dieser faule Sohn des Bürgermeisters. Mann, oh Mann. Die sind ja alle ziemlich angenervt von dem. Wir haben gar kein Geld. Okay, aber ist ja schon mal gut zu wissen. Danke, Alex. Ja, danke für nichts. So, was haben wir denn hier noch? Hallöchen, du siehst ja aus wie so ein kleiner Held. Hey, hast du Ramis gesehen? Wo ist der Kleine schon wieder abgehauen hin? Ich werde ihn noch... Äh, ja. Genau. Also er wird ihn verprügeln. Ne, ich glaube er... Ach, wie heißt denn das? Die Luft abschnüren. Ich erinnere mich an jenen Tag vor 15 Jahren... Ah, als deine Eltern Luna adoptiert haben. Sie hat ihre Eltern verloren. Ich glaube, sie wuchs glücklich auf, weil du in ihrer Nähe warst, Alex. Beschütze sie, Sohn. Du wirst nie wieder so jemanden finden wie sie. Aha. Ja, das bedeutet, es gibt die Möglichkeit zu einer Love Relationship. Sehr gut. Ich habe schon befürchtet, dass das nicht möglich ist, weil es halt Geschwister sind. Alex, bitte. Du weißt, ich hasse Hunde. So süß. Hallöchen. Hey, Nell. Was zur Hölle bist du eigentlich? Ein echt seltsamer... Taube? Nee, Taube nicht. Wie heißt das Viech? Was zur Hölle bist du denn? Bist du einfach nur... Äh... Unnett oder wirklich dumm? Lass mich in Ruhe. Rude heißt... Ach, Mann. Ähm... Ja, halt so unnett. So direkt und nicht gerade nett. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Oh, Mann. Luna hat hier die ganze Zeit auf dich gewartet, Alex. Zeit, eine Feder in deine Schritte zu bringen und doppelt so schnell zu laufen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. La 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 Ja, ja, ja! Hm, sie durchschaut es ziemlich gut. Sie meint, wir sind ja wohl zu spät gekommen, weil wir wieder am Monument waren. Oder weil wir schon wieder was Übles mit Ramos planen. Wow. Du hast es durchschaut, tatsächlich. Alex und Ramos wollten sich gerade auf den Weg machen in die White Dragon Cave. Und oh, Nell. Musstest du ihr denn alles erzählen? Ah, die White Dragon Cave, hm? Ich wusste doch, dass deine Ocarina nicht richtig gestimmt war. Du hast schon wieder etwas vor mir verheimlicht, nicht wahr? Sag mir die Wahrheit, Alex. Hilfe! Ich dachte schon, ich falle hin. Was in der Welt macht so ein Geräusch? Das muss der Schrei des Drachen gewesen sein. Der weiße Drache. Anscheinend hat Ramos uns wirklich nicht an der Nase herumgeführt. Hört sich an wie mein Ruf? Oder so? Halt, Alex. Was denkst du, wo du hingehst? Wohin? Wir möchten die White Dragon Cave untersuchen mit Ramos natürlich. Hört sich nach einem richtigen Abenteuer an. Also werde ich natürlich auch dabei sein. Hör auf mit diesem Schwachsinn der White Dragon Cave. Du könntest verletzt werden oder Schlimmeres. Deine Mutter wird sich solche Sorgen machen. Wieso versuche ich dich überhaupt zu überzeugen? Ich wusste doch schon immer, dass du so dickköpfig wie ein Esel bist, Alex. Aber zur gleichen Zeit weiß ich, dass es dein Traum ist, dich auf eine... Oh. Dass es dein Traum ist, dich auf ein großes Abenteuer zu begeben. Genau wie dein. Tja, es gibt wohl nicht viel mehr zu sagen, außer, ich komme mit dir. Mit dem ganzen Ärger, in den du dich immer wieder bringst, muss ja jemand in der Nähe sein, der dich vor dich selber beschützt. Aber, ähm, äh... Oh, tut mir leid, Alex. Gab es noch etwas, was du sagen wolltest? Nein, ähm, alles in Ordnung. Alex, warum versuchst du überhaupt, äh, Nein zu Luna zu sagen? Sie spielt dich wie eine Ocarina. Aber andererseits freue ich mich, dass sie mit dabei ist. Es wird wie eine große Party sein. Oh no, das ist so süß von dir. Jedenfalls, wir sollten deiner Mutter und deinem Vater Bescheid sagen, damit sie sich keine Sorgen machen. Besser jetzt als später, nicht wahr, Alex? Oh, das habe ich ganz vergessen. Zum Glück ist Luna bei uns. Komm schon, Alex. Lass uns gehen. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Cool. Ah, wie geil. Sie läuft hinter uns her. Das finde ich immer cool, wenn die nicht eins werden. Wenn die so verschmelzen und dann wieder nur einer rumläuft. Ich frage mich total, ob der kleine Fliegende, ähm, Nell oder No, ob er, ja, ein Kämpfer ist oder nur Deko, sozusagen. Da bin ich gespannt. Unten rechts geht es ja auch noch, aber ich denke mal, da wird der Ausgang des Dorfes sein. Wo wir wahrscheinlich sowieso gleich hin müssen. So. Dann geht es hier rein. So, dann sagen wir mal Bescheid. Der Mama und dem Papa. Was? Ihr möchtet zur White Dragon Cave ganz alleine reisen? Das ist dein Leben, nicht wahr? Natürlich kannst du gehen, Alex. Nimm das mit. Messer erhalten. Und diese Waffe wird vielleicht leichter für Luna sein. Sling. Achso, das ist so. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Äh, wir können nicht zulassen, dass du in die Höhle gehst ohne eine Waffe. Oh, und ich vergaß. Flame Ring. Flammen Ring. Nimm diesen Ring. Man kann nie wissen, wann du den gebrauchen kannst. Was noch? Da sind ein paar Dinge in den Kisten im Keller. Nimm alles, was du brauchst. Um zur Höhle zu gelangen, musst du nördlich von Burg reisen und dann östlich um die Berge herum. Versprich mir, dass du vorsichtig bist. Gucken wir mal, ob die Mama uns auch noch was gibt. Du gehst mit Luna und Remus zur White Dragon Cave. Und dein Vater sagt, es ist in Ordnung. Versprich mir einfach, dass du zurückkommst, bevor es dunkel wird. Oh. Da müssen wir wahrscheinlich gleich Remus noch abholen und dann sind wir bereit. Wir holen uns hier natürlich noch den Kisteninhalt. Das lassen wir uns nicht nehmen. Gucken wir mal, was hier so ist. Warp Wing. Angels Tear. Wow. Starlight. Krass. Okay. Da müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz gucken. Ähm. Wie geht das aber jetzt? Ähm. Äh. Naja. Hier anscheinend nicht. Äh. Skills. Magic. Ah. Change Equipment. Hier. Ah. So kann man wechseln. Aha. Genau. Und ihr geben wir die Sling. Und haben wir sonst noch irgendwas zum Anlegen? Tatsächlich. Den Flame Ring. Extra Accessoires kriegen immer bei mir erstmal die Haupthelden. Ist einfach so. Okay. Dann sind die ja schon mal ausgerüstet. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was der Flame Ring bringt. Kann wir ja gleich noch machen. Ist ja kein Stress, ne? So. Dann holen wir mal noch Remus ab. Und dann machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen. Genau. Da oben geht es zu Dines Monument. Da ist ja nichts mehr zu holen. Denke ich jedenfalls. So. Dann mal hier entlang. War dieses Mädchen da schon immer? Oder links waren wir auch noch nicht. Alex. Achso. Nein. Ich habe aus Versehen das Hühnchen angeklickt. Das wollte ich natürlich nicht. Stimmt. Dann links waren wir noch nicht. Da sollten wir ja nochmal hin auf jeden Fall. So. Was haben wir denn hier? Hä? Wo ist er denn hin? Ach, wahrscheinlich wartet er irgendwo schon auf uns, hm? Okay. Na toll. Oder habe ich ihn eben nicht erkannt und er war der, der da links stand. Das kann natürlich sein. Ich gucke ja, ähm, hier beim Aufnehmen nicht auf die PSP. Die ist ja angeschlossen an den PC. Über so ein Programm. Ja, das ist er tatsächlich. Und es ist schon ein bisschen weiter weg, der Bildschirm. Und dann ist es ja trotzdem nur so groß wie auf der PSP. Deswegen ist das... Sorry, dass du warten musstest. Alles bereit. Also lass uns gehen, Alex. Was? Luna kommt mit uns? Tja, das ist wohl okay, denke ich. Ich möchte den weißen Drachen sehen. Bitte, schließ mich nicht aus, Ramus. Wenn das für Alex in Ordnung ist, dann ist es auch für mich in Ordnung. Lasst uns den weißen Drachen finden. Yay. Aber eigentlich würde ich gerne wissen, was da noch rechts ist. Wir müssen gleich nochmal speichern. Aber hier will ich ganz kurz gucken. Ach so, hier geht es gar nicht lang. Ich dachte, das wäre ein Weg. Okay, dann hat sich das ja erledigt. Dann bin ich beruhigt. Und da geht es wahrscheinlich auch nicht rein, oder? Nö. Okay. Dann kommen wir jetzt irgendwo hin. Mal schauen, wohin. Oho. Burg. Goto Woods. White Dragon Cave. Keine Ahnung. Wollen wir direkt in die White Dragon Caves? Oder ist das vielleicht zu schwer? Ich habe keinen Plan. Gucken wir mal kurz, was da ist. Probieren wir es mal aus. Wir können ja gleich nochmal speichern, falls es schief läuft. Wow, das ist ja eine echte Menge an Eis. Es scheint so, als würden alle Wege hier enden. Hm. Solange wir nicht herausfinden, wie wir hier durchkommen, können wir auch gleich umdrehen. Hey, denkst du, wir könnten irgendwas gegen diesen übergroßen Schneeballunternehmen mit dem Ring, den Papst uns gegeben hat? Versuche es einfach mal, Alex. Bimba, yay. Na, das war ja easy. Jetzt kommen wir durch. Super. Sweet. Wir sind durch. Hm. Scheint das nicht ein bisschen seltsam? Woher wusste Papst, dass wir das überhaupt gebrauchen könnten? So, sorry, ich war kurz offline, weil ich vergessen habe, dass man über das Programm, mit dem ich die PSP mit dem PC verbunden habe, nicht während es auf dem PC angezeigt wird, speichern darf. Aber anscheinend kann die PSP nicht gleichzeitig das USB-Signal senden und auf den Memory-Stick zugreifen. Leider. Aber ist ja kein Problem, sowas kann ich ja kurz rausschneiden. Oha, okay. Da sind Monster. Da unten ist der... Wow! Kiste! Okay, versuchen wir mal, ob die noch zu stark für uns sind oder ob wir das hinbekommen. Ach herrje, vier, fünf? Nee, ach so, das ist unser kleiner. Okay, was... Okay, komm mal. Was haben wir denn hier? Sword Dance. Wow, aber sechs MP und wir haben kaum MP. Okay, dann versuchen wir das doch einfach mal mit dem hier erstmal. Ja, so machen wir das erstmal. Mal schauen, ob das klappt. Plup! Oh! Hä? Was macht sie? Ach so, ja, sie hat ja so eine Sling. Aber irgendwie hat das eben gar nichts abgezogen. Wow, super. Gut, dass er so ausweicht. Wow, ich glaube, die Kämpfe werden hier nicht unbedingt einfach. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. So. Ja, einer ist weg. Sehr gut. Das macht wohl... No, frage ich mich. Alter, der fliegt da ja eigentlich momentan nur so rum. Oh, Hilfe! Das war jetzt ziemlich viel, was uns abgezogen wurde. Gucken wir mal kurz. Also er kann ja nur attackieren. Aber vielleicht kann sie Magie machen? Ja, Healing Song. Ah, sie hat auch 40 MP. So. Und was kann er? Gar nichts. Er ist unfähig. Voll traurig. Kann immer erledigt sein. Der hat aber viel Energie. Boah. Schnell! Oh nein. Bitte nicht. Unseren Hauptdarsteller. Das würde sehr schnell gehen. Ah, okay. Cool. Das war doch gut. Der ist jetzt so weit weg. Ich würde sagen, wir greifen erstmal die Schleime an. Ich glaube nämlich, dass uns das Energie kostet, zu den Leuten rüber zu laufen. Deswegen denke ich, ist das eine gute Idee. Das müsste nochmal klappen. Und das auch. So. Na? Ah, jetzt hat sie getroffen. Sehr gut. Ja, schlau. Sehr gut. Jetzt ist nur noch der da. Ach, verflixt. Aber jetzt müssen wir wirklich zu denen rüber laufen. Da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Oh, 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 oh. Die müssen wir sofort heilen. So. Aber sowas von sofort. Attacke. Healing Song. Und Attacke. Ah, super. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Magic auch außerhalb benutzen können, der Kämpfe. 46 erhalten. 46 erhalten. Und 11 Experience Points. Und wir sind direkt aufgestiegen. Das ist doch super. Und wie viel sind wir jetzt aufgestiegen? Also wie viel stärker sind wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir uns scheinbar geheilt durch das Aufsteigen. Genau. Das ist ja super. Ist hier drüben irgendwas? Kann man hier runterspringen? Nee. Gucken wir mal, was hier ist. Genau. Also ich werde euch wieder... Oh, das gruselig Hilfe. Oh Gott. Erscheinen die Gegner wieder? Ja, verdammt. Ich gehe doch in die Richtung. Verflixt. Ähm. Genau. Ich würde euch gerne in den Kommentaren wieder zwei Kommentare setzen. Wo ihr entscheiden könnt, ob ihr davon gerne einen LP sehen wollt. Oder eher nicht. Und dann wäre natürlich noch die Frage. Ich wäre ja dafür, dass man gar nicht unbedingt alle Kämpfe zeigt. Vielleicht so ein Weilchen schon. Also mal davon abgesehen, dass ich Offscreen leveln würde. Das ist hundertprozentig. Weil ich finde Leveln an sich schon jetzt nicht so spannend. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dabei noch unterhaltsam reden soll. Ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen. Ähm. Aber was natürlich auch für mich überhaupt gar kein Problem wäre. Ohoho. Gleich müssen wir heilen. Was für mich auch gar kein Problem wäre, die Kämpfe komplett rauszuschneiden. Und das ist eine Sache von Sekunden im Bearbeitungsprogramm. Dass man quasi den Encounter sieht. Und dann ist es schon vorbei. Dann geht es direkt weiter mit Laufen. Das kann man natürlich auch machen. Aber ich finde so... Äh. Ach, ich Idiot. Das war dumm. Ja, seht ihr? Das kommt davon. Weil ich so viel labere dann beim Kämpfen. Das ist dann nicht so schlau. Ähm. Genau. Aber, naja. Ich glaube, einiges bringt das auch schon, wenn man dann einfach... Ähm. Wenn ich dann quasi vor dem nächsten Part immer leveln würde. Auf jeden Fall weiß ich, dass Luna wohl eine ganz, ganz tolle Story entwickeln soll. Epischen Ausmaß. Das ist ein Charakter, den man wohl sehr lieb gewinnt. Man muss ja irgendwie einen Grund haben, dass das sehr, sehr beliebt war. Vor allem halt in Japan, glaube ich, mehr als noch hier. Ich weiß gar nicht, wie bekannt das hier war. Voll süß irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Ähm. Bin ich dran? Ja. Ja, jetzt können wir ja erstmal angreifen. So. Genau. Also, vor allem hier bei der Neuauflage, finde ich, kann man verstehen, dass das beliebt ist. Total süß gemacht. Also, naja. Aber wisst ihr ja sowieso schon, dass ich das total niedlich finde. Ich mag ja auch Rollenspiele mit, äh, wie nennt man das? Diesen Kreissystem. Also, dass jeder mal dran ist. Okay, da ist ein Gegner. Wir gucken erstmal, was hier unten ist. Da ist eine Mücke. Okay, wir kämpfen mal gegen die Mücke. Die Riesenmücke. Oh mein Gott. Das ist so krass, dass hier immer direkt so viele Gegner sind. Das ist heftig. Ähm. Achso. Erstmal angreifen. Sind ja alle geheilt. Wow. Oh, okay. Halb so schlimm. Ach, verflixt. Hahaha. Nein, dieses Geräusch. Ich hasse es im Sommer, wenn man das nachts hört und deswegen nicht schlafen kann. Es gibt nichts Schlimmeres. Eine Todesfliege. Ne, 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 ne. Hals. Was habe ich gerade gedrückt? Achso, doch. Ja, genau. Aber sie soll mal einmal sich selbst heilen. So. Bam. Hä? Scheiße, hat nichts gebracht. Das ist ausgewichen. Naja, auf jeden Fall wäre das natürlich ein ziemlich langes Projekt. Ähm. Aber spielen werde ich es wohl auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Und wenn es privat ist. Weil dafür finde ich es einfach zu süß. Und ich hatte auch damals schon von Luna gehört. Und fand das da schon ganz toll. Die Idee. Also ich habe es ja nicht gespielt. Ich habe nur so eine Review gelesen gehabt. Da kann ich mich noch erinnern. Als das damals für die Playstation 1 rauskam. Da war ich aber noch jung. Und hatte keinen Plan, wie man an das Spiel rankommt. Ehrlich gesagt. Sonst hätte ich mir das wahrscheinlich geholt. Aber. Oh Mann. Der trifft immer nicht. So. So war es aber auch. Jedes Mal. So. Acht Experience Points. Yeah. Rain ist das nochmal aufgestiegen. Cool. Oh je. Da ist schon wieder ein Gegner. Aber ich renne auch in die Reihen. Aber es muss ja auch sein. Okay. Es wird natürlich dann auch immer einfacher. Das ist natürlich. Oh verdammt. Nein. Sekunde. Erstmal hier vorne einen. Pass ist, wenn die verschiedene angreifen. Das ergibt immer keinen Sinn. Bäm. Bitte, bitte erledigen. Verdammt. Er ist nicht bis dahin gekommen. Haha. Er ist ausreichend. Auch verflixt. Aber die ziehen ja nicht mehr so viel ab. Muss man ja sagen. Die sind jetzt schon echt besser geworden. So. Einfach angreifen. Los. Das klappt schon. Super. Sie ist ja natürlich cool. Weil sie geht einfach weit weg. Und greift dann von Weitem an. Sie ist scheinbar so eine Fernkampffrau. Finde ich gut. Sie ist ja auch die Heilerin. Sie muss ja eher im Hintergrund bleiben. Das ist schlau. Okay. Können wir ja einfach angreifen. So. Also so nebenbei finde ich leveln immer ganz nett. Also wie gesagt. Wenn man gerade telefoniert oder so. Sowas mache ich immer ganz gerne. Aber so hoch konzentriert das die ganze Zeit zu zeigen. Das wäre mir nichts. Und hier sind auch so viele Gegner. Das ist ja voll krass. Da ist eine Kiste. Die holen wir uns noch. Ach du Schande. Ähm. Okay. Erstmal alles was nah ist. Vielleicht kommt er bis dahin. Mal gucken. Oh je. Oh man. Okay. Super. Puh. Ja. Nee. Das war klar, dass er jetzt nicht bis dahin kommt. Ha. Ach. Verflixt. Hilfe. Ich bin eingekesselt. Ähm. So. Und. Nee. 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 Wir müssen heilen. So. Okay. Na. Wow. Super. Oh. Oh. Ich dachte eben. Was ist jetzt los? Hab ich schon wieder ganz vergessen. Na 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 na. Wow. Super. Was geht denn hier ab? Nein. Sie hat auch nicht so viel Leben glaube ich wie die anderen. Nee. Auf jeden Fall nicht. Und Rame ist doch sowieso am allermeisten. Nee. Halt. Sie soll nicht heilen. Das muss noch nicht sein. Außerdem steigt sie glaube ich nach diesem Kampf eins höher. Denke ich jedenfalls. So. Na komm. Ja. Super. Alles klar. Alex levelt ab. Was ist denn mit ihr? Mano. Was haben wir denn da unten? Eine neue Waffe? Eine neue Waffe? Nein. Healing Herb. Okay. Ja. Oh. Ich darf ja jetzt nicht speichern. Nicht vergessen. Dann stürzt die PSP leider ab. Ähm. Ja. Was soll ich sagen? Ich setze zwei Kommentare. Ob ihr dazu ein ganzes LP wollt oder nicht. Ähm. Ich würde wie gesagt. Offscreen immer erstmal leveln. Damit wir in den Dungeons nicht so sinnlos umherrennen. Ähm. Und bei Bedarf könnte ich halt die Kämpfe auch komplett rausschneiden. Ab einem bestimmten Punkt. Wenn wir eine Runde durch den Dungeon gedreht haben. Und irgendwelche Schritte nochmal gehen müssen. Könnte ich das zum Beispiel dann komplett rausschneiden. Ja. Das könnte ich machen. Und ansonsten überlasse ich euch das. Ähm. Die Entscheidung. Gebt einfach dem Kommentar einen Daumen nach oben. Für das ihr stimmen möchtet. Ansonsten wird wahrscheinlich ein... Ein Point-and-Click-Adventure kommen. Kann ich ja mal sagen. Statt diesem Spiel. Das ist so der Plan. Weil nach Grey brauche ich erstmal jetzt etwas ruhigeres. Und Papers, please. Was ja auch echt... Also merkt man vielleicht nicht. Aber ganz schön stressig war. Da ist sowas hier ganz nett. Oder halt ein Point-and-Click-Adventure. Genau. Also. Ja. Stimmt einfach ab. Ich bin gespannt, ob euch das Spiel auch so gut gefallen hat wie mir. Und dann sehen wir uns entweder in diesem Projekt oder in einem anderen bald wieder. Also. Dann bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.